So, willkommen zu einer neuen Folge Puggewonko, nein zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Wir sind jetzt wieder hier beim Aschaffen Burger. Wie wir gar nicht wussten, statt da drüben an der Straße zu sitzen, gibt es hier auch einen Biergarten. Wir haben schon gesagt, wir kommen ja nochmal wieder. Wir testen nämlich nicht nur den normalen Aschaffen Burger mit drei Lagen Fleisch, sondern auch den Aschaffen Burger Deluxe. Den haben wir jetzt hier abgerechnet, guckt mal da drauf. Für 44,90 Euro Aschaffen Burger Deluxe. Biala hat schon wieder eingeladen, also irgendwann nehme ich eine und haue eine die Pommes. Na, wisst ihr genau, ist auch schon da. Zeige ich euch jetzt, wie das aussieht. Dazu gibt es eine gekühlte Mezzo Mix. Ein Pupsi freut sich, so Creme kommt noch. Hier sind auch die Pommes. Guckt euch das an, da ist der Biala. Guckt euch das an, da sind die Pommes. Und da ist der Aschaffen Burger Deluxe mit zehn Lagen Fleisch. Hier können wir durchzählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sieht ein bisschen baufällig aus, hängt auch schräg da. Bin mal gespannt, wie man das überhaupt essen soll. Da lecker Pommes dazu. Können wir auch mal probieren. Willst du mal probieren? Nee. Lass mich in Ruhe. Okay. Sind sie ja kartoffelig, eigentlich mag ich so breite kartoffelige Dinger nicht, aber die schmecken trotzdem salzig, sind auch schön knusprig mit Schale, so wie ich sie mag. Jetzt kommt gleich noch die Sur Cream. Da kommen sie schon. Das heißt, gleich wird gegessen. Zum Glück habe ich keine Pommes genommen, weil Pommes, die stopfen ja. Und so wie ich Pupsi kenne, bleiben bei ihr bestimmt eh Pommes übrig. Da kann ich von Pupsi nochmal Pommes testen. Hier ist jetzt die Sur Cream gekommen. Schreibt mal in die Kommentare, sagt ihr Sour Cream oder Sur Cream oder Schuhcreme. Schreibt alles rein, wie das bei euch heißt. In dem Biala wird jetzt die Ehre zugeteilt, mal den Burger anzuschneiden. Nee, 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 nee. Weil ich bin Kameramann. Ich stehe hinter der Kamera und verfolge die Action. Kannst du das machen, Alter? Du kannst ihn auch in die Hand nehmen und reinweisen. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß es nicht genau. Keiner weiß wie, wo, was. Komm, der Ismo hat auch damals den Burger angeschnitten, den XXL, Armageddon und irgendwas. Mach einfach mal. Oh mein Gott. Guckt euch das an. Ja, das ist okay. Lasst es runterfallen, dann passt das. Ich meine, groß sieht immer wuchtig aus, aber wie man sowas isst, da isst man immer überfragt. Ja. Wie sowas effektiv. Schneiden wir bitte von der anderen Seite. Wir schalten fest. Wie viele Leute braucht man, um einen Deluxe-Burger zu schneiden? Okay. Da liegt schon ein bisschen Fleisch. Sieht gut aus. Da is halt jetzt nicht wirklich viel drauf, sondern eigentlich nur das Fleisch. Käse, Fleisch, Käse, Fleisch, Käse. Und jetzt? Und ein paar Zwiebeln, ein paar Kürkchen dabei. Äh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, packt euch einfach eine Portion irgendwie drauf. So sieht es also von innen aus. Den kann man mal so mitnehmen. Wer den alleine essen möchte, probieren möchte, könnt ihr natürlich gerne machen. Beim Aschaffenburger in Aschaffenburg. Ihr könnt ruhig das Brötchen nehmen. Also jeder eine Brötchenhälfte zu euren Pommes dazu. Denn doppelt hält besser. Ich werde mich dann ein bisschen an dem Fleisch. Gut, ich nehme die vegetarische Variante. Nur mit Salat. Das ist halt so. Schick mal alle Corona. Ich sag so. Das schneit bloß nicht den Tisch durch. Nehmt euch einfach ruhig ein paar Lagen Fleisch rüber. Dass das schön... Na gut, das zerteilt sich komplett. Ich bastel mir auch mal was drauf. Und dann melde ich mich gleich mal zurück, wie das schmeckt. So, was Pupsi ist sehr lecker, sagen sie schon wieder. Das Fleisch auch schön. Das Fleisch? Naja, nicht trocken. Nicht trocken. Das Fleisch ist nass. Saftig. Kennt ihr auch nass Fleisch? Ich habe mir jetzt trotzdem mal hier eine Pommes mit Schuhcreme gegönnt. Und hier eine Pommes mit Sourcreme. Eine Pommes mit Sourcreme hat leider nicht mehr gereicht. Denn das sind ja drei verschiedene Sorten. Versteht ihr, wie ich das meine? Eigentlich verstehe ich es selber nicht. Ich habe mir jetzt die Brötchenhälfte drauf. Habe mir jetzt eine Portion so Fleisch. Also das könnte auch ein Sonntagsbraten sein. Das habe ich zu meiner Mutter schon mal gesagt. Bei dem Armageddon Burger. Wenn man da mit vier Personen hingeht und jeder bezahlt zehn Euro und kriegt so eine Riesenportion Fleisch mit Beilage. Das ist wie ein Mittagessen. Jeder zehn Euro. Jeder wird satt. Jeder kriegt mal was Außergewöhnliches. Es sieht spektakulär aus. Also warum nicht? Jeder würde sagen, was 44 Euro gebe ich doch nicht für einen Burger aus. Aber wenn ihr das wirklich euch reinteilt zusammen, ist das doch eine geniale Sache. Es zwingt euch doch keiner, euch alleine hierher zu setzen und alleine so einen Burger zu bestellen und alleine versuchen, diesen Burger zu essen. Das ist auf jeden Fall auch nicht gesund. Das führt zu Schmerzen und keine Ahnung. Deswegen teilt euch da ruhig rein. Nehmt ein paar Freunde mit. Probiert das so mit den Freunden und dann passt das. Mhh. Also das ist auf jeden Fall fett und macht satt. Die Pommes passen auch wunderbar dazu. Dieses Kartoffelige noch zu dem Fleischigen. Wer wirklich gerne Fleisch isst. Es gibt ja so viele, die sagen immer, ah, da ist mir viel zu viel Gemüse dran. Man merkt das Fleisch gar nicht. Für den ist das genau das Richtige. So ein richtiger Oggi. Wart ihr schon mal in der Schaffenburg? Wenn nicht, kommt mal her. Schreibt es da mal rein, ob ihr den auch probieren möchtet. Bin mal gespannt. Wir werden ihn sicherlich, da bleibt nichts übrig. Das sehe ich jetzt schon. Den werden wir ganz essen. Aber werde ich schon sagen. Das ist noch nicht so. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Mhh. Das ist aktuell jetzt also der Zwischenstand. So sieht es jetzt aus. So sieht es auf den anderen Tellern aus. So sieht es im Schuhkriemen fast aus. Wir gucken mal, wie es gleich aussieht, ob das noch leer wird und wie der Cocktail schmeckt. Erstmal die Fleischbrocken wegmachen. Was ist das jetzt für ein Cocktail genau? Light Summer. Light Summer. Schmeckt auf jeden Fall sehr fruchtig. Schön gekühlt. Schmeckt irgendwie viel besser, als wenn es mit Alkohol wäre. Mann, immer diese dreckigen Autos. Ich glaube, wenn der mit Alkohol wäre, der hätte wieder so einen ekligen, bitteren Nachgeschmack, dass es gar kein Genuss ist, den zu trinken. Aber es muss nicht immer Alkohol sein. Aber gleich erst mal noch ein Bier bestellen. So, nach zwei Tagen sieht es also jetzt so aus. Wir sind immer noch am Essen. Hier, die Wespen essen mit. Da ist noch ein Bröckle drauf. Hupsi hat aufgegeben. Ist satt. Das ist wenigstens leer. Da liegt noch ein bisschen was. Und ich muss sagen, zwischendurch war das Problem. Das war einfach so fleischig. Da hat mir doch irgendwie noch etwas Soße gefehlt. Irgendwas, als ich dann die Tomaten und Gurken von dem Brötchen hier dazugegessen habe, war das wieder so genial. Aber mir war es dann vielleicht sogar ein bisschen zu fleischig. Dadurch etwas dann wieder trocken in der Mitte. Das Gute ist, wenn ihr jetzt zum Ende kommt. Ihr seht, hier zwischen Brötchen und Salat ist Soße. Hier auf dem unteren Stück ist Soße. Das heißt, jetzt geht es nochmal bergauf. Gerade wenn man denkt, man ist vollgestopft und man kann nicht mehr. Ist am Ende einfach, wird es nochmal richtig heftig, richtig genial. Weil da steckt nochmal viel Geschmack drin. Dann wird es auch wieder feuchter. Das ist Fleisch, ihr wisst Bescheid. Ja, das muss raus. Wir essen es jetzt noch. Und dann melden wir uns gleich nochmal zurück. So, nochmal drei Stunden später. Ihr seht, das ist der Rest. Leer. Da war gar nichts drin. Leer, Leer, Leer. Leer, Leer. Äh, Leer, Leer. Wunderbar. Hier habe ich jetzt noch den Rest von der Schuhcreme drauf. Von der Sour Cream. Von der Sour Cream. Hier sieht es aus wie eine Zitrone, ist aber noch eine Pommes. Äh, ja. Das essen wir jetzt noch. Das passt noch rein. Dann würde ich sagen, war es das von unserer Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, mir ist schlecht. Euer Ramses. Peace out, Vorhauen. Nicht? Willst du noch was sagen zum Abschluss? Wolltest du nicht grüßen? Nein, wir grüßen spät. Nein, jetzt grüßen spät. Wir schneiden, wir machen ein extra Video. Biala grüßt. Der, der da ist. Hoffentlich erkennst du es. Ja, das machst du noch mit einem extra Video. Biala grüßt.